So, jetzt sind wir hier, Regensburg, Samstag 9.50 Uhr, 10 Uhr Selbstkampfbesprechung. Ja, dann schauen wir mal was passiert, wollten ein bisschen Reitschick in, ein bisschen Spaß haben, morgen geht es dann los. Schauen wir mal hier, jetzt machen wir jetzt einen Rundflug. Jetzt sag ich, wo ist denn der da? Da ist der von der ersten Reihe, BÄM! Die Tür ist weg! Die Tür ist weg. Die Sonne haben wir! 5! 2! 1! 2! 3! 2! 3! Ja, mal leh schön. Ja, genau. Applaus 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 Schauen wir mal, wie es die Dache ist oder wie es den Dach ist im Verlauf des Tages wird. Ich hoffe mal, dass es nicht regnet. Gucken wir mal. Ich bin vorderer Optimismus. Gut gelaunt, gut rauf. Noch ein bisschen müde, aber das wird sich legen. So sieht es eigentlich. Ich mache mal kurz. Ich bin rumschwenk. Moment. So, sieht das aus hier. Das ist alles ein bisschen entspannt. Alles ganz ruhig. Am Anfang so ein bisschen die Position sichern und dass man dann alle Optionen hat. Hinterherfahren, das ist einfach nicht meins. Da werde ich dann doch immer ein bisschen schnell nervös. Von daher ist der Einweiter am Anfang erstmal vollwert. Also wir sind gespannt an die, glaube ich, können wir sagen, was dort nachher passieren wird bei den Herren und natürlich auch bei den Damen. Da hast du vollkommen recht. Ich würde sagen, wir lassen jetzt mal mit diesen ersten Sorten hier unser Titelverteidiger. So ist das. Na ja, was gibt es noch zu sagen? Der Kili wird jetzt auch noch kommen. Der wird dann ein Schwimmbad, den wir nehmen. Aber nicht bei mir in der Staffel, sondern bei einer anderen Staffel. Bei der Frau, ich gemacht, einen Einsteiger-Triathler nachher. Hat gestern schon den Frauenlauf hinter sich gebracht. Mit einem guten fünfzehnten Platz. Da kann ich immer schon stolz drauf sein. Ja. Unsere Nathalie, meine Läuferin, die liegt wohl noch im Bettchen und macht alle Fünfe von sich. Ihr Mann bei Jürgen war zu nachher Ruhe, nachdem er schwimmen ist. Nachdem er schwimmen beendet hat. Ja, während ich dann halt meine sechs Stunden, hoffe ich mal sechs Stunden, auf der Radstrecke verbringen werde. Zu fahren sind nicht wie letztes Jahr zwei Runden A90 mit 1.600, was es letztes Jahr waren, sondern drei Runden A55 Kilometer plus Zubringer 12. Und jetzt kommt es, 600 Höhenmeter, aber man soll das nicht belächeln, weil keine Abfahrten, man muss treten, wenn dann noch der Gegenwind kommt, scheiße. Ah, gucken wir mal. Na, Judi, dann bis später, ne? Ja, ciao. Ja, ganz toll, ne? Das ist nicht cool, das Wasser ist der Hammer. Aber letztes Jahr schon, waren wir auf die Marken gekommen. Moin! Und dann wünsche ich allen einen tollen Erfolg heute. Das wird auf jeden Fall, das wird momentan ein kleiner Niesel-Bahnbruch, hinterher wird der Regen auf, die Sonne kommt raus, das ist dann auch für die Zuschauer ganz ideal. Wir erwarten heute eine Spitzenzeit von teilweise unter acht Stunden, haben die Athleten gesagt, das Wetter passt. Trinkelt es bei Ihnen? Das war mein letztes Jahr Wahnsinn, um ein bisschen anstrengend. Da bin ich vielleicht schon ein Jährchen zu alt, aber die Schwimmsteine würde ich in dem Fall schaffen, als jeweilige. Das ist ein bisschen leistungsfähiger Schwimmer. Also das heißt, beim nächsten Jahr sind wir dann vielleicht an der Staffel dabei, oder vielleicht beim MZ-Einsteiger, der erste Bürgermeister von der Tauleng. Vielen Dank, Sie sind dann der wichtigste Mann um Punkt 6.30 Uhr für die ordnungsgemäße Durchführung des Startschusses. Wenn ihr dann unterwegs seid, wenn ich hier meine Brille in diese Box gebe, findest du meinen Wechselbeutel? Ne, wo ist denn der? Was hast du schon drin im Staffelwechselbereich? Ja, dann gehen wir hoch. Ich hoffe, dass er dann noch nicht will. Für ganz ja. So, once again we close the transition area. Please, boys and girls, move out of transition now. So, please everybody, move out of transition. Schönen guten Morgen, wie geht's euch, Darwin? Auf der rechten Seeseite. The very rest of Regensburg. Please welcome, Jertrud Malstra Fischer. 1 Minute, 1 Minute, 30 Sekunden risult in 10 millions das ist nass! scheisse! RACE IS ON FHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII RACE IS ON FIIIIIIIIII!!! Let's Rock'n'Roll, wo ist Regensburg? Großartig für die Athleten natürlich immer dabei zu sein. Bei einer Premiere, genauso wie die ersten Langdistanz von 1978. Auch in Hawaii zum ersten Mal für die Langdistanz unterwegs gewesen sind. So ist heute die Teilnehmer der Challenge for Two. Der Psycholoids überzeugt, warum es Regensburg zu kommen heute. Come on,? Carine, ist Diana Riesner! Full to the London Champion! Emotional to the London Champion! Ready to play the wheel! Rita N'Mobile aus Mallorca. Die neue Hauptbahn complete par to Colombes aus Mallorca. Diana Riesner, einer der besten Deutschen Roverien. Es ist so so wichtig, um die Orientierung im Freigemäßler nicht zu verlieren. Fondring für die König. Top-Athleten, die jetzt aus dem Wasser rauskommen. Let's see it, baby boys and girls. Come on, folks. Great job, first women. Geht raus, ausgemachter. Diana Riesner. Also, das ist die erste Dame. Die letzte Meter, komm, Markus. Servus. Grüß dich und hallo. Holger, komm, 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 komm. Holger Fanspelt hat sie noch für Triathlon. Auf geht's, Junge. Ja, Jürgen, wie geht's dir? Toro, Johanna, Christian, Hitler, Mr. Hitler. Super, Roger, weiter, weiter. Roger. Ebru, nicht labern, laufen. So, wie sieht's aus hier? Grüß dich, schön dich zu sehen. Herzlichen Glückwunsch zum Fischkal. Super. 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 Ja, wie weit bist du jetzt brauchen? Wir haben die Ohren nicht gesehen. Bis zum Ziel. Auf geht's, Marc Hartmann. So sieht's aus, Junge. Nur Fliegen ist schön. Super, Barbara. Auf geht's. Das sieht klasse aus. Super geil. Okay, Schatz, super. Super, Barbara. Hallo, immer weiter, weiter los. Das klick lustig. Komm mal rein! Komm her, komm her, komm her. Hey, komm her! Ein Foto, komm her, komm her. Komm her, komm her! Servus, Mikael! Grüß dich! Schön dich zu sehen! Ja, das ist mein Geil Fahrrad, ey! Das ist ein Fahrrad! Damit starte ich in der Lehre! Auf geht's Andreas! Gut geht's! Und das ist Paddy! Guten Abend, Mann! Ey! Auf geht's Paddy! Na ja! Tobi! Alexander! Das ist der... Das ist sein Ausstiel! Wahnsinn! Natali! 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 Salz! Natrium-Affeln! Natali! Franziska! Servus, Franziska! Schön dich zu sehen! Na, wie geht's dir? Alles gut? Super! Der Franzi geht's top! Und der geht's auch noch! Auf geht's, Franzi! Ben! Auf geht's, Clem! Matthias! Matthias! Der Assix! Der Assix! Der Herrrenner! Auf geht's, Matthias! Hau rein! Hey! Kannst du mir auch noch ein bisschen filmen? Das ist eine Scheiße! Hör mich zu filmen! Auf geht's! Olaf! Servus! Natja! Auf geht's! Klatsch auf! Gib mir deine Hand! Ja! Check mir ein Löcher noch! Servus! Du für mich! Du für mich! Ja! Auf geht's, Junge! Morning, Mann! Hauptsache, grüße auf die Brücke! Hier auf dem Motorbike! Das sieht gut aus für euch! Auf geht's! Super seid ihr! Adrian! Gib mir deine Hand! Auf geht's! Sehr stark! Wir machen das immer viel zu machen! Wie geht's dir! Challenge für zu! Also, ähm... Anja, du bist gestern eingesprungen hier! Ähm... Gestern... ...sportal entschieden hier zu starten! Wie geht's dir jetzt? Ja, muss jetzt auch... Wie sieht's doch gut aus! Also, ähm... Und das ist jetzt mal keine Triathlon-Mitte! Wie sieht's gut aus! Ja, die Wand-Zug sowieso! Das steht ja richtig gut! Also, Anja, Haubein, Servus, Pärna, noch jetzt, Molli! Haube, ach, und Bier trinken auch noch. Ach, ich weiß nicht. Ah, okay, Spezi. Das war eine sehr unbegehört, dass du Bier trinkst, das war Spezi. Also, bis dann, Servus, Haubein, grüß dich, alles gut! Werderli! Heee! Großartig, oder? Sag mal, jetzt erst mal eine Staffel wieder im Ziel! Tipp susp Deutsch. Battelle dahin. Bettina, der ganzen Ort ist dann wieder auf meine Ohhh! Jetzt erst mal, Forml, ausgeren, thanks Montagen, aka nun, hör mal an. Vielen Dank.